So liebe Freunde, da der Roland ja jetzt hier ein bisschen Call of Duty mitspielt und man meint, er haut den anderen Leuten auf den Sack, äh, ich krieg da wahrscheinlich selber auf den Sack. Ich hab mir das jetzt hier erstmal ne Runde angetan. Ja, ja, ich brauch auf jeden Fall ne bessere Waffe, hab ich festgestellt. Ansonsten, ja, für ein schnelles Spiel ist das ganz lustig. Momentan bin ich standardmäßig unterwegs. Ich spiel momentan Deathmatch, weil alle Deathmatch spielen. Und wie man sieht, ähm, ich bin so ziemlich, ja, wenn man sich so die Statistik anhält, ja, ich hab jemanden, der genauso scheiße ist wie ich. Der ist auch Rang 2, komm, der spielt aber gegen mich. Komm, den schaff ich, komm, den kriege ich aber. Ey, sonst nix kriege. Was für ein Aquarium? Oh Gottes Willen. Ich hab jetzt schon wieder keine Lust mehr. Obwohl ich eigentlich Fische mag. So, bitte nicht lachen, das ist peinlich. So, ich tu mir das jetzt hier mal zwei Runden an und ihr könnt euch gern mal den Spaß hier angucken mit mir, wie ich mich hier momentan voll zum Larry mach. So, jawohl, wir haben zwei Kriegsmaschinen. Ganz toll. Eine gegen uns und wer die anderen da oben sind, weiß ich nicht. Kampffokus, na dann, viel Spaß. So, die haben alle dicke Kanonen und ich hab gar nichts. Sehr schön. Und natürlich hab ich den Depp bei mir im Team. So, auf geht's. Irgendwie lag das hier. Und ich hab keine Ahnung, wie es funktioniert. Irgendwie hängt grad mein Spiel. Ein bisschen, aber das macht ja nix. Hier ist das Swimmingpool. Wie komm ich jetzt hier eigentlich weiter? Das Spiel hängt hier wieder sonst was. Aber ist doch egal. Denen haben wir mal einen Haufen genutzt. Jawohl. Einfach Sprayen, irgendwann wird er schon mal fallen. Jawohl. Und dann werde ich mal einen Haufen genutzt. Irgendwie hängt das Spiel hier, definitiv. Hat er eben nicht gemacht, aber ist ja normal. Wenn ich die Aufnahme und die erste drücke, dann geht's erstmal nicht mehr. Jawohl, da sind zwei Mann. Ist das gekriegt? Jawohl. Spray einfach, vielleicht fällt er irgendwann um, ne? Ja. Ich brauch auf jeden Fall eine gute Spray-Waffe. Ich hab schon festgestellt, ja, man muss sich hier erstmal hochleveln, wenn man die halbwegs ne Waffe kriegt, mit der man auch Leute erschießen kann. Ich hab Angst. So, da war ich schon mal. Und da kommt selten erstmal einer. Gucken wir hier mal? Mal guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich campe. Einfach sprayen, jawohl. Er wird schon irgendwann umfallen. Jawohl. Er hat keine Ahnung. Und es leckt, aber ist egal. Jawohl. Er rotzt sie alle übern Haufen. Einfach sprayen. Irgendwann wird er schon umfallen. Wo muss ich eigentlich hin? Feindliche Drohne gesichtet. Feindliche Drohne gesichtet. Das ist aber schön. Gehst du zu mir? Jawohl. Was? Leil! Was war das denn? Ich will auch so ein toten Köpfchen. Was gibt's bei dem toten Köpfchen? Jawohl. Elektro-Schocker-Wichser. Ich will auch einen Elektro-Schocker. Ich hab ja noch so ein großes Mächtig-Bader-Boom-Ding. Alter! Alle werden hier mit dem Elektro-Schocker besiegt. Es ist der Wahnsinn. Anders kann er es wieder nicht. Guck, guck. Hallo. Na, jetzt läuft langsam, weil das Spiel ist. Es ist noch neu. Gehörst du zu mir? Weißt du, wo es lang geht? Das kann ich auch. Yeah. Das kann ich nicht. Kriegsmaschine bereit. Ja, Kriegsmaschine ist bereit. Jetzt, äh. Keule, du kennst dich doch aus. Ah! Ich Idiot. Ich muss ja immer da hingucken, wo alle anderen hingucken. Komm, hier sitzt doch wieder der Elektro-Schocker-Heini. Wow, alle Mann in Deckung. Zack, Granaten hier raus. Könnte ja seiner sein können. Jawohl, natürlich steht da ein Scharfschützer und der Snipert wieder alle weg. Natürlich One-Shot. Wehe. Da war einer. Da war einer. Ne, er war schlappengesicht. Ah, jetzt ist er wieder weg. Hey, hier ist eine Waffe. Wie kann ich jetzt eigentlich die Waffe wieder weglegen? Ich will den anderen aufgenommen haben. Jetzt habe ich hier eine Pistole. Super. Weiß nicht, ob die gut ist. Aber ich schieße jetzt mal mit der Pistole. Komm, wir machen eine Pistole runter. Oh, Alter, ich brauche mal ein Dester. Jawohl, Alter, wie alle hier mit dem Elektro-Schocker über den Haufen gewurft sind. Es ist lächerlich. Ich will auch den Elektro-Schocker. Fang. Hau ab, du Wichser. Jawohl, da wird gecampt. Feiglinge. Natürlich haben wir verloren. Buh. Wie war ich? Scheiße. Gut, Quote 0,4. Wunderbar. Reicht doch. Von Anfang? Der Loser war besser wie ich. Na toll. Bei den Verbesserungen bestand nie eine Chance. Ja. Genau. Wieso haben die alle so viele Punkte? Ich will auch mal mehr Punkte haben. Ich will auch eine gute Waffe. Ich will auch mal gewinnen. Also jetzt renne ich erstmal mit den Vollidioten hier erstmal mit hier. Also ich muss mich auch nochmal einspüren und hier auch erstmal gucken, wie ich hier vorankomme. Weil das ist ja gar nicht so einfach hier in dem ganzen Verein mal durchzusehen. Ich mache mir hier zum Larry. Ja, ist ja toll. Ganz toll. Ja. Ich war ganz toll. Nein, ich will nicht nochmal ein Aquarium. Das war mir zu... Zu nass war mir das. Ich habe mich alle nass gemacht im Aquarium. Jawohl. Rang 4, Rang 3. Muss ich eigentlich jeden Soldaten einzeln? Aber wie sieht der da aus? 47, 44. Wenn ich da erstmal hinkomme, ja? Ich bin HNG-Veteran. Ich mache euch alle fertig. Eine Frage, wann kriege ich ja eigentlich mal meine MP40? Weil ohne kann ich es nicht. Was sind denn hier eigentlich für Taktikgranaten? Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie man die einsetzt. Dadurch, äh... Ne? Full bleiben und erstmal mitspielen. Irgendwann fängen wir schon hin. Können wir jetzt anfangen? Schon wieder Aquarium. Leck mich doch mit deinem schwulen Aquarium. Oh, Aquarium ist scheiße. So. Eine Frage, wo muss ich hin? Natürlich. Schwerer Lappen. Ich will auch eine Sniper. Komm, ich will auch eine Sniper. Einfach nur eine Sniper. Sniper, 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 Sniper. Sniper hier. Da, 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 da. Ja. Also er ist ja kein... Ja, 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 ist ja gut. Und es leckt wieder, bis der Arzt kommt. Ich guck da nicht lang. Ich werfe eine Granate drüber. Wo geht's denn hier lang? Findest du dich aus? Hast du eine Ahnung? Ich rück mal deine rechte Flanke. Jawohl. Sehr schön. Wir sind ein tolles Team. Jawohl. Ich hab gesprayt und hab ihn weggehauen. Jawohl. Und es... Oh, 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 oh. Ja, natürlich. Jetzt kommt er wieder mit 10 Mann. Nein, wenn der Roland mal die bessere KD hat. Ja, 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 ja. Da kommen wir mal gleich erst mal 10 Mann. Genau. Komm, wir rennen mal dem KF-Veteran hier hinterher. Hier, ne? Jawohl. Wir sind gut, ne? Laufe hier raus. Hier, Homo. Oh, scheiße. Weißt du, wo es lang geht? Sperrfeuer. Schnauze da draußen. Granaten-Hiros. Schnauze. Dann geh ich doch nicht lang. Hm-hm. Das ist eblich. Jawohl. Natürlich kommt da einer angelaufen. Gekämpft, bis der Arzt kommt und trotzdem was im Maul bekommen. Ja, wir müssen uns hier erst mal einspielen. Das könnte ja noch ne Weile dauern. Da ist immer noch, da ist das Spiel noch lustig. Wenn man genau weiß, man hat es eh nicht drauf. Hey. Komm, wir rennen mal hinterher. Das mit dem Granaten-Werfen muss deutlich schneller gehen. Er lebt. Jawohl. Na klar, ich will hier noch ein bisschen was ausprobieren, Homos. Schnauze da hinten. Ich hab mal ne gute Waffe ab, Alter. Ihr seid so am Arsch. Meiner kleinen Uzi, die ich hab. Ich weiß noch nicht, wer hinter mir ist. Ah, jetzt mal ne Granate werfen. Taktische Drohne nähert sich. Wow. Natürlich kommt da noch einer. Jawohl, wir sind da zu dritt stehen. Weißt du, wo es lang geht? Weißt du, in der Ahnung? Kriegsmaschine aktiviert, Reichweite eingegeben. Ich wollte auch mal schießen. Bringt das was? Keine Ahnung, aber es wird Bum gemacht. Natürlich. Und der rotzt alle über den Haufen. Ist das so lächerlich? Ich will auch ne Sniper mit One-Shot. Dann hab ich's auch auf einmal drauf. Das kannst du mal wissen. Sogar ganz super plötzlich drauf. Guck, guck. Hallo. Hallo, hallo. Naja, natürlich. Ich konnte noch nicht mal... Das hat bei mir noch nicht mal gedreht. Da war ich schon tot. Kann mich bitte noch einer so abknallen? Ich guck mal, da muss man den Killcam haben. Und das kann ja nicht wahr sein. Ich hatte zwar noch nicht mal 0,2 Sekunden. Ist natürlich wieder kein... Alter, wie das laggt hier. Ist ja schlimm. Ja, ich muss mich hier dringend noch einspielen. Obwohl es zur Zeit mit den Punkten ganz gut aussieht. Oh, wo müssen wir lang? Komm, wir campen hier. Ah, ne, doch nicht. Wo geht denn alle hin? Gibt's da hinten irgendwas in den Punkten? Jawoll. Haha. Ja, ich bin der Beste. Kommt da noch wer? Verbündete Drohne nähert sich. Wir sind so gut. Wir sind ein klasse Team. Wie sieht's aus, Hobos? Hang. Wir sind gut. Ja, jetzt laden wir zusammenzuspielen. Das ist... Du bist ja noch zu mir. Den hast du gehabt. Gut. Verbündeter Geist im Operationsgebiet. Blitzschlagkoordinaten erhalten. Unterwegs. Jawoll. Ja. Woo. Motherfuckers, hä? Und wer war der Beste? Naja. Ja, wir arbeiten mit uns auch. kommen jetzt einmal noch eine schöne neue map und dann ist hier die welt in ordnung für mich ja der luke ja ja hier ich war ich fertig wartet mal hier ich bin die erst mal booming ab ich spiele das spiel ist seit einer stunde wartet mal ab wenn ich 100 habe mp mp medaillen ja ich war der beste nicht nur eins aber jetzt noch mal ein aquarium spiel ich dich mit einem schwulen aquarium jetzt aber mal dagegen boten aquarium only ja dann zählt das ja als warming up als aquarium erstes mal aquarium gleich mal dreimal hintereinander damit wir die map auch kennenlernen damit wir es mal merken wovon wir weg gesnipert werden apropos ich muss ja noch mal hier eine option wie sieht das eigentlich bei mir aus einer einstellung das ist denn hier meine spezial angriffsteil sagen das spiel läuft noch nicht ganz flüssig bei mir ich weiß noch nicht wo uns liegt nahkampf bis hier mittlere mausgarten spezialwaffe spezialfähigkeit spezialwaffe müsste doch eigentlich dann was passieren passiert aber nix gewarnton wie sieht es aus beschäftigen wir uns später mit ich will noch ein paar leute über den haufen lassen ja noch bin ich hier der oberlupe aber ist doch egal dabei sein ist alles ich will auch so einen bogen kann ich auch so ein bogen habe ich schon gut ich dann cool und wieder aufs maul bekommen erst mal los spielen und dann erstmal gucken wie es läuft kann ich und Wenn ich irgendwo ne Rakete reinballer laufe hier tôi любов ... O Ich bin der Opa, du. Hey. Das ist schon irgendein Teil. Hey. Scheiße! Überwachung abgeschossen. Level 5? Da stand irgendwie einer. Ja, ich bin ganz toll. Oh, ein Granaten-Hiros. Ich will auch mal einen mit der Granate killen, aber anscheinend klappt das hier nicht. Keule, wo müssen wir lang? Hast du ne Ahnung? Wir rennen ja nur im Kreis, das ist ja langweilig. Dam, 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 da, 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 da. Ah, wenn man einmal nach links guckt. Ah, 3,1 KD, Screamshot, ich muss rausgehen. Wir werden langsam warm. Vor allen Dingen kenne ich die Map besser. Wer die Map gut kennt, hat am Ende verbennt. Ja, natürlich campt da einer, es ist wieder so genial, da wird nur gecampt und gewartet. Er hat schon im Voraus gewusst, dass ich komme. Die haben alle ihre Superfeind-Anzeige drin, wahrscheinlich. Sonst hätte er nie wissen können, dass ich von da komme. Die hat ja schon im Voraus dahin gezielt. Ah, mein Kopf hochgenommen, verdammte Kacke. Ja, hat mich ja gerade so erwischt. Ich will ja auch eine Feind-Erkennung haben, Alter. Wenn ich weiß, wo der Feind ist, dann können sie sich aber warm anziehen. Jawoll, wir haben wieder einen erwischt. Von den Scheiß-Zum-Wixern. Keine Ahnung, wo die Granate hinging. Aber es hat Boom gemacht. Ah, den ich jetzt aber haben können. Jawoll, Vergeltung. Du kleiner dummer Wichser. Ah, kommt der nächste um die Ecke. Natürlich mit der Sniper, anders kann er es nicht. Leck mich doch. Ich muss die Einstellung, wie gesagt, noch alles hinkriegen. Aber ansonsten... Ja. Ihr kämmt hier. So tief gezielt, aber egal. Du bist tot. Komm, wir campen hier in der Ecke. Alter, wie sie alle wissen, dass du da sitzt. Es ist so geil. Du kommst rein, zack, weiß er, dass du da bist. Ich will auch Feind-Erkennung. Was hat er denn für eine schwule Waffe? Ich will auch eine Halbautomatik. Die ordentlich Wumms hat. Natürlich kommt da der nächste. Es ist so lächerlich. Und da kommt der nächste. Alter, wie schnell die alle anlegen können. www.ich-bin-einen-lappen.de Ja, wir liegen ja auch vorne. Wir sind ja auch cool. Also mit der schwulen Granate treffe ich keine Sau. Du gehörst wieder zu mir. Gut. Ich folge dir. Komm, wir rand mal zusammen. Hast du eine Ahnung, wo es lang geht? Natürlich. Bevor ich hier irgendwas gemacht habe, bin ich schon tot. Na ja, aber wir werden besser. Wenn ich hier lang laufe, ist immer keiner da. Wie willst du kä- Lass mich raten, der kämpft dir da hier unten. Den habe ich nicht getroffen. Ich wollte aber auch noch einen Punkt. Hier für das Sist und so. Jawoll! Na ja, 800 Punkte. Ich war kacke. Aber ist doch egal. Dabei sein ist alles. Wie rennen die eigentlich alle an ihm vorbei und er schießt einfach an? Na ja, ist doch egal. Ja. Aber Hauptsache gewonnen. Ja, Leute. So, das war meine ersten drei Runden auf Aquarium. Was anderes wollten die anderen mit mir nicht spielen. Ich war nicht super, aber von der KT haben wir uns doch erstmal ordentlich hochgespielt. Na ja, also ich arbeite noch dran und wenn ich dann besser bin, dann schalten wir wieder ein. Das war's mal wieder. Ja. Wie repurt. Ja. 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 um. Vielen Dank.